Ich fange jetzt mit E-Mail-Marketing an, beziehungsweise bin schon dabei, in welcher Reihenfolge gehe ich das ganze Thema an. Dort hast du super viel Potenzial zu testen. Wir hatten den Test, also ab das Jahr gerechnet, hast du eine Viertel-Mio, die du mehr Profit machst. Also wenn die nicht innerhalb von 24 Stunden kaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit nur noch 50% und am Tag 3 nur noch 25%. Wenn ich schon Online-Shops analysiere, ist der größte Fehler. Der Cookie-Banner ist da. 90% davon verdienen kein Geld. Aber im Endeffekt kannst du zumindest zu 20% Warnkörbe zur Brücke holen. Booking.com, daher kennt man den, glaube ich, am meisten. Oder von Airbnb. Du guckst Airbnb in Kapstadt an und dann wirst du vier Tage lang penetriert mit Airbnbs in Kapstadt. Wir hatten den absoluten E-Mail-Marketing-Experten Jakob Gerzen im Podcast zu Gast, der die Agentur More Conversions gegründet hat und damit Kunden wie Live Fresh, Paul Valentine oder Rosenthal betreut. Und er hat uns gezeigt, welche E-Mail-Marketing-Kampagnen zu More Conversions führen, so wie auch seine Agentur heißt. Vor allem hat er uns gesagt, welche sehr schnell und einfach umsetzbar sind und welche Flows jedes Unternehmen wirklich haben sollte. Deswegen, wenn ihr euer E-Mail-Marketing aufs nächste Level heben wollt, dann hört jetzt genau zu. Jakob, drei Jahre später bist du wieder hier. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, wie viele Leute ihr mittlerweile auch seid, was ihr macht. Ich glaube, jeder kennt dich vor allem von LinkedIn auch, wenn es ums Thema E-Mail geht. Um direkt mal rein zu starten. Jeder, der hier zuhört und sagt, ich mache gar nicht so viel E-Mail-Marketing, überlegst mir immer ein Thema, was hinten überfällt. Mit welchem E-Mail-Flow sollte jeder anfangen? Ja, vielleicht mal eine ungewöhnliche Antwort, der Post-Purchase-Flow würde ich sagen. Weil im Endeffekt geht es darum, die Kunden an deine Produkte zu binden. Und nach Kauf hast du die besten Möglichkeiten. Vom Timing her, du hast die höchsten Öffnungsraten, du kannst Gewohnheiten etablieren beim Kunden, du kannst über deinen Service informieren, cross-sellen, up-sellen. Ich glaube, im Post-Purchase-Flow liegt vielleicht nicht unbedingt super messbar, aber allgemein das größte Potenzial bei den meisten Brands, mit denen wir arbeiten. Wie viele E-Mails sind für dich in so einem Post-Purchase-Flow, gerade für Leute, die sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt haben, jetzt enthalten? Du hast gerade super viele unterschiedliche Themen angesprochen. Mit was fange ich an? Was ist meine erste E-Mail im besten Fall? Über was informiere ich? Ja. Das ist die allererste, das ist immer die Bestellbestätigung. Die kommt aber automatisiert aus dem Shop-System meistens. Und aus dem E-Mail-System geht es dann eher so in die Richtung, okay, wir stellen uns vor, wer sind wir. Ist das die erste Mail? Welche? Die, wir stellen uns vor? Ja, also wir machen meist nach 20 Minuten, direkt verschicken wir nach einer Bestellung so eine Work-A-Mail, wo wir erklären, wer wir sind, je nachdem, was die Brand natürlich macht, unser Motto. Lass uns ein Beispiel von einer Smiller-Boutique machen. Von Belinda, kennst du ja auch. Also die erste Mail, wer dann, Belinda stellt sich vor, hey, ich habe eine Boutique hier in Mannheim. Ja, also erstmal überlegst du dir, okay, woher kommen denn die Kunden? Sagen wir, die kommen von Google. Die haben nach einer bestimmten Kerze gesucht, haben die dort gefunden, haben gekauft, kennen euch aber noch gar nicht. Eigentlich, ne? Jetzt geht es aber darum, okay, jetzt will ich aber eine Kundenbeziehung aufbauen, dass der Kunde immer wieder bei mir kauft. Das ist ja im Endeffekt die Königsdisziplin des ganzen Retention-Marketings. Das heißt, Belinda stellt sich vor, sagt, hey, ich bin Belinda, ich mache hier eine kleine Boutique. Wir haben eine Vor-Ort-Boutique, du kannst bei uns vorbeikommen, selbst wenn du mit deinem Produkt irgendwie was sein sollte, komm vorbei, kein Problem. In den nächsten paar Wochen werde ich dir drei, vier, fünf E-Mails schreiben, Expectancy setzen. Das wird passieren. Dein Paket geht heute noch aus unserem Lager raus. Du musst dir keine Sorgen machen, Paket kommt in den nächsten zwei bis drei Tagen an. So, erste E-Mail, Pi mal Daumen, paar Bilder, bisschen Storytelling, ne? Und dann kommt so ein bisschen drauf an, was du verkaufst, wenn du so Supplements verkaufst oder so, dann sollst du so Einnahmeempfehlungen und sowas vielleicht übernehmen oder wie du es in deinen Alltag integrieren kannst, Routinenaufbau und so weiter, das ist dann so das wichtigste Thema. Ist es dann schon die zweite Mail? Das wäre dann die zweite, genau. Meistens versuchen wir die so zu timen, dass wir die auf einen Full-Filled-Order, also dass das Paket schon da ist, ne? Je nachdem, gibt es wieder Dienstleister, die dir diese Events in dein E-Mail-Tool einspielen können, dann bist du mehr on-point. Aber ansonsten zwei, drei Tage nach Full-Filled-Order-Event zum Beispiel kannst du die auch machen, ne? Die zweite dann. Warum mache ich das nach Full-Filled-Order? Du willst, dass das Paket schon da ist. Damit ich nicht die Kundenbeschwerden bekomme, so? Ja, du willst erstens nicht davor zu viel kommunizieren, sondern eher on-point sein mit dem Timing, ja. Weil wenn du davor, wenn das Paket länger brauchst, sieben Tage zum Beispiel, wir kennen es mit Snogs, ne? Wir schicken denen dann irgendwie ein paar E-Mails, dann kommt, keine Ahnung, in 20% der Fälle, ja, mein Paket ist noch gar nicht da. Aber E-Mail schafft ihr das. Genau. Deswegen haben wir dann sowas wie, dass wir ein Parcel-Delivered-Event reinbekommen, dann bist du näher dran und weißt ganz genau, Paket ist jetzt angekommen, Stunde später, Verbindung. Dazu handeln wir auch mal eine separate Podcast-Folge. Wir machen das Ganze mit Parcel-Perform, können wir gerne verlinken, müssen wir jetzt gar nicht mehr näher drauf eingehen. Aber, dass man es auch versteht, wenn man dieses Event dann in seinem E-Mail-Tool, und heute machen wir alles anhand von Klavio, weil wir alle drei der Meinung sind, das ist das beste E-Mail-Marketing-Tool, was es so gibt. Dann habt ihr das Event in Klavio und dann könnt ihr wirklich 10, 20 Minuten, nachdem das Paket wirklich zugestellt wurde, kann man Sachen machen. Man kann sogar dann Sachen machen, wenn es an den Nachbarn gegeben wurde, hat man auch das E-Mail-Tool drin und kann eine personalisierte Mail versenden. Hey, hol das Paket beim Nachbarn und so weiter. Oder auch Packstation. Packstation und so weiter. Darauf werden wir jetzt gar nicht mehr groß drauf eingehen, aber einfach nur, dass man es so ein bisschen versteht. Jetzt haben wir zwei Mails oder beziehungsweise drei Bestellbestätigungen. Wir stellen uns vor, dann Produkteinnahme-Empfehlung, was ist die vierte Mail? Bei Smiller wäre es Inspirieren und Informieren. Also wie kann ich verschiedene Sachen kombinieren? Wie kann ich die anderen Produkte, die ihr im Shop habt? Ich würde jetzt schon ins Upselling, Crossselling gehen, weil du weißt das selber, wir haben die Datenanalysen uns bei vielen Shops angeschaut. Immer innerhalb der ersten 14 Tage spielt eigentlich die Musik. Also die meisten Repurchases finden innerhalb der ersten 14 Tage statt. Klar gibt es dann noch weitere Bubbles, so irgendwie nach 30, 60, wenn Produkte alle werden oder Consumables sind oder so. Aber bei den meisten Brands kaufen Leute, wenn sie wieder kaufen, innerhalb der ersten 14 Tage so. Bei 80 Prozent der Brands so. Das heißt, ich muss da schon inspirieren und dem User zeigen, wie er weitere Produkte bei mir einkaufen kann. Mit Deko, Version und so weiter. Also da muss man stark in den Content gehen. Du hast ja die Möglichkeit, den Kunden zu erreichen, Eröffnungsrate von 50, 60 Prozent auf so eine E-Mail, die der Kunde auch anguckt. Wenn du das Timing gut machst, wo der Kunde in der Mut ist, irgendwie zu shoppen, dann kann die schon sehr, sehr gut funktionieren. Das heißt, da würde ich so in diese Richtung gehen. Vielleicht auch verschiedene Produktkategorien vorstellen, die wir haben. Wie gesagt, wenn der Kunde über Google Ads auf eine Produktpage kam und direkt gekauft hat, weiß er ja noch gar nicht, was wir alles im Shop haben. Das heißt, da würde ich dann darauf eingehen. Okay, wir haben hier Kerzen, wo kommen die her und so weiter. USPs, Bewertung, so ein Ding, alles. Dann, wenn du inspiriert hast, jetzt kommst du natürlich so ein bisschen drauf an, was so deine Priority ist. Wenn du Reviews sammeln willst, dann kannst du natürlich Reviews zum Beispiel vorziehen. Das sind so Themen wie UGC sammeln, Reviews sammeln in einem Post-Purchase-Flow. User dafür belohnen, Reviews zu sammeln zum Beispiel. Wir haben dann auch noch so weit zur Strenge des Flows. Wenn du verschiedene Produktkategorien hast, kannst du das dann wieder, je nachdem, wie groß du bist, dass es sich lohnt, nach verschiedenen Produktkategorien eigene Flows aufbauen. Wenn du jetzt Kerzen kannst du super kombinieren mit XY. Was habt ihr noch? So Armbänder und sowas. Kannst du mit Schmuck kombinieren. Das sind dann so die Thematiken, wo du halt immer weiter aufbrechen kannst. Je nach Brand Size ergibt das dann Sinn. Wann würdest du denn sagen, dass es sich lohnt? Also jetzt zum Beispiel gerade in Belindas Fall schon sehr unterschiedliche Produktgruppen, alles irgendwie, aber schon auch viel unter dem Thema auch Geschenk, würde ich mal sagen und viel irgendwie für daheim. Wann lohnt es sich, in wie viel unterschiedliche Flows es runterzubrechen? Und mache ich dann drei Kategorien? Mache ich eine Geschenkkategorie, eine Home-Kategorie und eine Schmuck-Kategorie? Oder würdest du erst mal sagen, niemand fängt erst mal mit einer? Ja. Na, lohnt es sich meistens. Die Frage ist immer, habe ich das Geld, den Aufwand und den Grenznutzen davon, diesen Kram zu machen? Weil wenn das irgendwie, keine Ahnung, 5% Abflift bringt auf mein E-Mail-Marketing, mein E-Mail-Marketing macht irgendwie 50.000 Euro im Jahr, dann sind diese 5% halt nicht das wert, was sich an Aufwand dort reinstecken muss, das so aufzubauen. Deswegen würde ich immer differenzieren, wie allgemein kann ich es halten und noch nicht so granular reingehen. Weil das Ding ist auch, so A-B-Testing zum Beispiel, wo du sagst, funktioniert das jetzt besser als was anderes? Wenn du irgendwie 1.000 Bestellungen im Monat hast, wird das jetzt noch nicht so die Signifikanz hergeben, dass du das nach einem Monat weißt. Dann lässt du es irgendwie ein Jahr laufen und das sind dann die Accounts, wo ich, keine Ahnung, weekly immer bei den Analysen sehe. Tausende A-B-Tests, ganz wirr alles, keiner kann es mehr verwalten. Das ist halt, wenn du alleine bist oder ein kleines Team hast und noch keine dedicated CRM-Person, dann würde ich es eher allgemeiner halten. Wobei ich bei den ganzen, also ich kenne es ja von meiner Freundin so, was Deko-Shoppen und sowas angeht, da glaube ich, ist sehr viel Potenzial auf Repurchase. Das ist auch bei 4x4 Repurchases. Deswegen kann man da schon die Frequenz, glaube ich, hochhalten. Aber ich würde es versuchen, erst mal klein und slim zu halten. Wie viele Mails hat dann für dich, sage ich mal, wir gehen jetzt von einem 1.000.000 Euro Umsatz im Jahr Shopify-Store aus, das glaube ich, ist so der Durchschnitt unserer ZuhörerInnen, Post-Purchase-Flow. Also wie viele Mails sollte er realistisch umfassen? Was man auch, sage ich mal, selber oder mit einer kleinen Agentur, whatever, auch realistisch nimmt. Sind es dann vier, fünf Mails, die wir jetzt aufgezählt haben? Ich fasse nochmal zusammen. Vorstellen, Welcome, haben wir gesagt. Dann Produkt, wie verwende ich das Produkt irgendwie. Dann noch Inspiration und das Thema Reviews, wo du gesagt hast, okay, wenn man, das würde ich jetzt mal in den Raum werfen, wenn man noch keine Reviews auf den Produkten hat, würde ich mal drei, vier, fünf Wochen das als dritte Main machen, dass ich mal 10, 20 Bewertungen auf jedem, vor allem die Bestseller drauf habe. Ob ich dann 20 oder 25 oder 40 Reviews, das sei dahingestellt, dann kann man sie lieber wieder an vierte Position machen. Aber wenn ich neu starte, keine Reviews habe, würde ich es weiter nach vorne ziehen. Vier Mails, sollte man da noch mehr machen oder sagt man eher, diesen Flow mal abgehakt und dann konzentriert man sich auf weitere Flows? Das Ding ist, dass immer dieses weitere Flows, ich kann ja immer den Post-Purchase-Flow einfach die ersten 150 Tage Customer-Journey abbilden. Deswegen ist es immer so ein, wenn Brands sagen, ich will weitere Flows unbedingt machen, wir können doch einfach den Post-Purchase erweitern. Das kommt dann immer drauf an, wenn du, keine Ahnung, so Probesets hast oder so, Stoffmuster oder irgendwie sowas, wenn du Möbel verkaufst. Da ist super viel Potenzial, separate Flows aufzuziehen und die gesamte Kommunikation zu ownen und an jeder Stelle zu gucken. Umfragen, das weißt du selber, haben wir zu tausenden bei Snogs verschickt. Umfragen an jeder Stelle der Customer-Journey ist das, was wir machen. Impulse-Purchase zum Beispiel, wenn jemand nicht wiederkauft, nimmst einfach die Kunden, die einmal gekauft haben, die haben E-Mails gelesen, sind eigentlich High-Engager sozusagen, haben aber nicht gekauft. Umfrage, hey, was können wir dafür tun, dass du wieder bei uns kaufst oder wieso hast du noch nicht wieder gekauft? Je nachdem natürlich, was du verkaufst, wenn du einen Sofa verkauft hast, schwierig. Aber bei Supplements zum Beispiel, super wichtig, überall Umfragen einzubauen und einfach versuchen, den Kunden zu verstehen. Vor allem, wenn du eine siebenstellige Brand bist, kannst du nicht viel A-B testen. Also du solltest erst mal alle Standard-Flows haben, irgendwie ein Welcome-Flow, Eventen-Card, Customer-Winback, wobei Customer-Winback auch immer so ein Wackelkandidat ist, weil wenn du den mal ganz ehrlich bei 90% der Brands mit einer Kampagne vergleichst, als Benchmarks sozusagen, performt Kampagnen meist genauso gut wie der Customer-Winback, dann hättest du den auch weglassen können. Okay, lass uns gleich nochmal reingehen, was die verschiedenen Flows sind, aber ich verstehe das, man könnte auch alles in dem Post-Purchase-Flow machen, aber ich glaube auch, um thematisch hier gut folgen zu können, ist es leichter, wenn wir die verschiedenen Thematiken nochmal durchgehen. Post-Purchase, würdest du dann nach der Produkt-Review als fünften noch, sage ich mal, eine Umfrage machen? Hey, wie findest du unsere Brand allgemein? So eine NPS, irgendwas in die Richtung? Ja, wir starten meist mit NPS, aber versuchen auch sehr viel rauszufinden. Wer sind die Kunden? Warum haben die bei uns gekauft? Was war der initiale Gedanke? Welches Problem lösen wir für die? Aber wann schickt ihr den NPS dann raus? Als erstes noch vor dem Welcome-Thema? Nee, nee. NPS verschicken wir meist als Teil der Umfrage einfach, damit wir nicht zu viele Mails haben. Okay, und wann mache ich die Umfrage? 15 bis 30 Tage. Du musst ja auch sehen, was das für ein Produkt ist, wenn du irgendwie eine Creme verkaufst, die einen Effekt von nach 30 Tagen hat. Dann brauchst du halt nicht nach 12 Tagen zu fragen, und wie ist die Creme? Das sind halt auch so Thematiken. Product Lifetime und Product Lifecycle musst du auch so ein bisschen bedenken. Nehmen wir mal standardmäßig jetzt nach wie vor Belinda ihre Kerze verkauft, sie so Schmuck etc. Ja, da würde ich nach sieben Tagen versuchen. Vor allem, wenn Feedback in meine Prio ist jetzt. Weil, sagen wir mal, ich habe noch keine Umfragen gemacht, ich will wissen, wieso Kunden bei mir kaufen, weil das mir wiederum dieser Lifecycle, den ich mit meinem CRM bilde, macht der dann die Ad-Kommunikation besser, macht die Shop-Kommunikation besser. Vielleicht schreibt jemand, Amy hat einfach, keine Ahnung, Klana als Zahlungsmittel gefehlt, dann weißt du, okay, da habe ich einen Gap. Deswegen würde ich dann bei kleineren Shops immer das Thema Umfragen, Feedback sammeln, immer priorisieren, vor allem. Also Reviews und Umfragen. Auch vor dem Repurchase. Okay, also ist es eines der ersten Mails sogar im Post-Purchase-Flow. Wenn du von siebenstelligen Shops sprichst, dann wahrscheinlich. Okay, verstehe. Dann somit mal einen kleinen Haken an das ganze Thema Post-Purchase-Flow. Du hast eben ja noch weitere Flows angesprochen. Kannst du vielleicht einfach, dass wir da alle auf der gleichen Page sind, das Thema vielleicht fangen wir mit Abundant Card an. Was ist es? Wie wichtig ist es, wenn wir sagen, wir haben ja mit Post-Purchase angefangen, das ist eine 10 von 10 wichtig, sollte jeder haben. Wie ist es, steht zum Thema Abundant Card, was ist es? Und wie würdest du das auch in der Priorisierung einordnen? Also Band-Card geht raus an Warenkorbabbrecher. Du musst natürlich irgendeine Art Opt-in haben, damit du die kontaktieren kannst. Vielleicht haben die schon mal gekauft, vielleicht waren die subscribed für Newsletter. Deswegen kommt es so ein bisschen darauf an, wie viel du wirklich an Leads sammelst, wie gut der verformt. Aber im Endeffekt kannst du mit dem Flow bis zu 20% Warenkörbe zur Brücke holen. Und wenn man in Shopify reinguckt und sieht, die Checkout erreicht zu konvertiert Ratio, die meist bei 50% bei den Brands liegt, dann ist da schon super viel Potenzial drin. Also der meist freistufig, nach 20 Minuten oder nach einer Stunde, nach vier Stunden die erste. Kommt so ein bisschen drauf an, muss man da retesten, ist produktabhängig. Bei Luxury eher ein bisschen länger, vor allem bei größeren Investitionen. Dort geht es ganz viel darum, USPs deiner Produkte, Bewertungen vielleicht zu genau den Produkten, die im Warenkorb liegen. Objection Handling. Welche Einwände könnte der Kunde an der Stelle haben? Wenn er ein Sofa bestellt, hat er vielleicht die Frage, shit, wann wird denn das geliefert? Das sind so Themen, die man dort handeln kann, sagen, hey, du kannst Wunschlieferdatum auswählen bei uns. Dann kommt es nicht vor deinem Umzug oder nachdem du schon zwei Wochen in der Wohnung wohnst. Solche Themen, das ist alles so alles für die erste Mail. Zweite Mail, jetzt so in general gesprochen, ist meistens ein Preisthema. Preissensibilität ist dann immer so die Problematik. Da kann man super viel testen mit Euro Discounts, mit Free Shipping, mit Free Products, mit Bundles, die discounted sind, mit Prozent-Discount, kann man auch nach Warenkorbgröße dann wieder aufgröseln und testen. Ich glaube, wir haben da zehn Prozent, wenn mich nicht alles... Bei der zweiten E-Mail haben wir zehn Prozent, bei der ersten gar keine. Kann sein, dass die zweite aber auch mittlerweile splittet ist, je nach Warenkorb-Size, so wie im Workout-Flow-Bei-Eich. Dritte Mail? Dritte Mail, meistens Umfrage bei uns. Also nochmal Warenkorb, aber Fokus-Umfrage. Hey, was hindert dich, genau heute unser Kunde zu werden? So, einfache Frage, da kriegen wir sehr viel Freitext, den lesen und optimieren, iterieren und dann, ja. Aber jetzt auch da nochmal das Beispiel. Du hast gerade gesagt, es geht gerade um die Couch. Das ist natürlich irgendwie ein großes Möbelstück. Wie wichtig ist es auch da, auf die Produkte einzugehen, die ich eigentlich bestelle? Wenn ich jetzt wieder einen Shop habe, wie irgendwie Smiller-Boutique, super unterschiedliche Produkte, da habe ich ja komplett unterschiedliche Einwände. Also je nachdem, also beim Schmuck bin ich mir vielleicht irgendwie nicht sicher, ob er zu meiner Kleidung passt oder ob ich die Materialien vertrage, weil ich vielleicht irgendwelche Allergien habe. Bei einer Kerze geht es mir vielmehr um den Beruf. Macht deinen Kopfschmerzen. Macht deinen Kopfschmerzen. Wie wichtig ist es da, weil du sagst ja gerade, die Chance ist da richtig hoch, viele Kunden doch noch zu gewinnen. Wenn wir sagen, 50 Prozent brechen ab und davon kann ich bis zu 20 Prozent wieder gewinnen, dann sprechen wir aber in eine richtig große Anzahl an Kunden. Wie wichtig ist es da, direkt das auf die Produkte runterzubrechen, die ich eigentlich verkaufe und nicht nur auf allgemeine USPs, wusstest du, wir sind eine kleine Boutique aus Mannheim mit einem großen Traum und wir machen hier alles in unserem Laden, wir verpacken es mit viel Liebe und die allgemeinen USPs versus ich gehe jetzt wirklich darauf ein, wir reden hier über eine Kerze. Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, was du wieder handeln kannst, wie viel Aufwand willst du beinstecken. Also man kann über Spreadsheet, also mit ein bisschen Technik und so, kann man Sachen so gestalten, dass zu jedem Produkt die genauen USPs angezeigt werden. Das heißt, du hättest dann wirklich genau die Einwände gehandelt, die zu jedem Produkt passen. Wenn man den Aufwand hinbekommt und man ein breites Produktportfolio hat, was irgendwie sehr inhomogen ist, dann lohnt sich das auf jeden Fall, weil du versuchst ja die Fragen zu beantworten, die der User zu 90 Prozent haben wird, so wieso er abgebrochen hat. Ich meine, der number one reason für Abdrüche ist immer noch, ich habe es vergessen. Egal, bei wem wir Umfrage machen, so vergessen abzuschließen. Deswegen Reminder nach 20 Minuten, top of mind sein, User kauft zu Ende ohne Discount-Camp-Problem. Und dann so die Einwände und Objections handeln ist dann so das zweite Thema. Dafür einfach Reviews von sich selber mal lesen. Welche Fragen haben die Leute, was kritisieren die zum Beispiel bei mir und wie kann ich das wieder aufgreifen in dem Geist? Wenn ich jetzt weiter in die Produkte reingehe, mein erster Schritt wäre jetzt, dass ich mir meine Top-5-Produkte anschaue und dass ich das mal für meine Top-5-Produkte aufsetze. Oder für die teuersten. Hast du noch eine Herangehensweise? Also du sagst gerade Reviews lesen. Oder ist irgendwie Top-Produkte und teuerste Produkte schon mal irgendwie eine gute Annäherung, dass ich mit denen anfange, da ein bisschen genauer den Flow aufzubauen? Du kannst bei den meisten Shops, die ein großes Produktportfolio haben, nach Pareto-Prinzip wirklich das aufdröseln. Da machen 20 Produkte irgendwie 50% des Umsatzes, so piech mein Daumen. Und deswegen, für die kannst du es natürlich machen. Dann vor allem, wenn du hochpreisige Produkte hast, da kannst du auch sowas wie Rückrufsservice einbauen. Oder bei Sofas jetzt, du bist dir nicht sicher, bestell doch uns das Stoffmuster, die kriegst du kostenlos per Express-Versend nach Hause, dann hast du die morgen auf dem Tisch und dann kannst du dich auswählen. Hier ist dein persönlicher Ansprechpartner, mit dem kannst du dann drüber reden und wir klären die Lieferung und den Aufbau für dich. Lieferung und Aufbau for free ist auch immer so ein geiles Ding, das gut funktioniert. Deswegen gucken, vielleicht nach Produktkategorie sogar, könnte ich es machen. Aber ansonsten Topseller, wo ich weiß, oder die mit den höchsten Absprungbarten von den Produkten, die irgendwie im Warenkorb landen, aber nicht gekauft werden. Das wären dann auch noch so Thematiken, die man dort aufbrechen könnte. Dann haben wir den dreischufigen Bonden-Card. Wir hatten, nach 20 Minuten kommt die erste Mail, die zweite kommt dann nach einem Tag, nach zwei Tagen. Ein Tag? Einen Tag meistens. Einen Tag und die dritte Mail, dann die Umfrage-Mail. Auch nochmal einen Tag später. Also, das ist so grob. Wir versuchen das ja alles zu generalisieren, dass die Leute... Das Ding ist, wir haben halt super, mit euch hatten wir das angefangen, wir hatten mal geguckt, wann kaufen Kunden, nachdem die irgendwie ins System landen. Und die Kurve ist halt exponentiell fallend. Also, wenn die nicht innerhalb von 24 Stunden kaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit nur noch 50 Prozent und am Tag drei nur noch 25. So, deswegen auch so in Welcome Flows, vielleicht als Übergang jetzt, lieber schnell hohe Frequenz an E-Mails, weil die Leute vergessen, wer du überhaupt bist, wenn du den sieben Tage später in der E-Mail schreibst, hey, du hast deinen Gutschein noch nicht eingelöst, so, weiß keiner mehr, dass er sich da irgendwo angewendet hat. Aber ist das nicht extrem warnkorbabhängig? Also, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, Sockenboxer-Shorts ist eher ein Basic-Produkt, da habe ich den Need jetzt und kaufe das jetzt. Wenn ich jetzt über eine 3.000 Euro Handtasche nachdenke, da ist dann eh die Frage, ob... Boah, ich fühle jetzt. Ich bin einfach an andere Ende gegangen. Da ist eh Fragen, wie du bist ein 10-Prozent-Gutschein bekommen. Aber über die denke zumindest ich in der Regel mal ein paar Monate, Wochen nach. Je luxuriöser es wird, desto anders musst du eh an die Sache rangehen. Ich meine, du hast gar keine... Also, ich sage immer so, die beste Kombination ist urgency plus incentive für Purchases. Dort hast du weder urgency, weil du baust die nicht so dringend, noch hast du irgendein incentive, was sie dir geben. Und ich glaube, das sieht man auch ganz gut an den Balenciaga oder YSL-Mails. Da wird nicht viel Zeit reingesteckt und gebracht irgendwie in das ganze System. Da würde ich viel mehr auf Branding gehen und viel gelassener das Ganze angehen. Wir haben so eine Luxus-Gläser, Weingläser-Brand. Da ist es auch so, relativ ruhige Kadenz, mehr Zeit zwischen den einzelnen Steps, alles ein bisschen gediegen oder so. Bei Snogs, innerhalb der ersten paar Tage muss da der Purchase kommen, sonst passiert das nicht mehr. Aber man muss, glaube ich, auch realistisch sein. Deswegen ist es ja auch, glaube ich, mit der... Was heißt, glaube ich, ich bin absolut der Meinung, das Schwerste aufzubauen im E-Commerce ist eine Luxusmarke. Weil Luxusmarke kommt so viel über Brand. Brand ist ein bisschen wie Gambling. Bist du eine geile Brand, gehst du mal viral. Das ist so unfassbar schwer planbar. Also 99,9% der Leute, die hier zuhören, haben ja einen AOB zwischen, ich würde mal sagen, unteres Ende 30 Euro bis maximal, also die krassesten Marken, wahrscheinlich noch 200 Euro. Es gibt auch Ausnahmen mit Sofa und so. Klar, Möbel nochmal, das ist aber trotzdem kein Luxus. Deswegen lasst uns, glaube ich, irgendwie sehr stark darauf konzentrieren. Und da, wie du gesagt hast, geht es darum, wenn jemand dir seine E-Mail gibt, also Kaufinteresse ja somit gesagt hat, dann muss es in den ersten, sage ich mal, 24, 48 Stunden, muss der Kunde dran erinnert werden. Kauf jetzt, kauf jetzt, mit welchen Engels auch immer. Du hast es nämlich gerade angesprochen. Welcome Flow. Was ist ein Welcome Flow? Werbung. Ganz ehrlich, wir machen es genauso, wie Schema M, wie der liebe Marc, hier im Podcast. Wenn wir einen absoluten Kracher suchen, wie zum Beispiel unseren Marketingchef, den lieben Arne, dann schreiben wir dem lieben Jan Lüttje auf WhatsApp, ganz einfache Kommunikation, denn er hat mit seiner Headhunting-Agentur, start to finish, uns wirklich schon viele Kracher gebracht, bei Snogs, aber auch Snogs-Sighting, muss man ehrlich sagen. Und nicht nur wir vertrauen Jan Lüttje und seinem ganzen Team, sondern Schema M hier aus dem Podcast, aber auch Steffen Hensler oder auch Paul Valentine nach ihrem Restart jetzt. Also viele geile E-Commerce-Kunden und das finde ich auch das Geile bei StarTour, finde ich, die haben richtig Ahnung, was sie da machen. Muss man gar nicht erklären, was ein Amazon Key Account Manager macht oder wie auch immer, sondern nach sieben Tagen kriegt man da schon echt geile Bewerbungen, unkompliziert, über WhatsApp. Ja, einfach schnell und geiler Service. Ja und im Endeffekt, wir hatten so viele Stellen früher immer, bevor wir mit ihnen zusammengearbeitet haben, vor allem dann noch mit dem Pain-Punkt, manchmal so Standort Mannheim, Hamburg. Wie lange haben wir gesucht, bis wir manche Stellen besetzt haben und vor allem zum Schluss bleibt es eigentlich meistens bei den Gründern hängen, bei den Leads, die eh zu viel auf dem Tisch haben und ja, das schlägt sich einfach immer so aufs Team nieder. Man merkt es immer, wenn das Team irgendwie überlastet ist, das geht irgendwie drei, vier, fünf, sechs Wochen und da hilft einfach Jan Lüttjen mit Start to Finish und ja, bringt Abhilfe. Und das Geile ist auch, muss man dazu sagen, man zahlt nicht irgendwie prozentual vom Jahresgehalt, whatever, sondern ein Fixbetrag und wenn es klappt, dann zahlt man und es ist geil und nicht irgendwelche astronomischen Summen. Also, wenn ihr jetzt offene Stellen habt, wovon ich mal ausgehe, die schwer zu besetzen sind, weil die haben wir alle, dann bucht euch doch mal einen Call mit Jan Lüttje, schreibt ihm direkt auf LinkedIn, JanLüttjeToden oder geht auf starttofinish.de und tauscht euch einfach mal aus. Ich bin mir sicher, dass ihr euch auch weiterhelfen könnt. Werbung Ende. Ja, meistens eine Kombination aus Exit Intent, also ein Pop-Up, was irgendwie kommt, nachdem der User bestimmte Regeln auf der Seite erfüllt hat. So, keine Ahnung, Scrolltiefe, mit der Maus nach oben geht, mindestens 15 Sekunden auf der Seite war, kann man testen, kann man vier Punkt drumieren. Ich sage mal, ein guter Klassiker für ein Exit Intent müssen wir irgendwie 15 Sekunden warten, dass der auf der Seite ist, dass der Cookie-Banner weggeklickt hat und so weiter und dann mal mit dem Pop-Up kommen. Der Klassiker ist, was Brands immer machen, so 10% für erste Order. Ich glaube, das ist das, was 99% aller Online-Shops haben und wenn ich schon Online-Shops analysiere, ist der größte Fehler, der Cookie-Banner ist da, ich brauche hier auch drei, vier Sekunden ein bisschen Cookie-Banner angeklickt. Wenn dann schon im Hintergrund der Pop-Up ist, das ist das Schlimmste für die Customer-Experte. Auch auf Mobile verdeckt es ja die ganze Seite. Ja, und ich weiß gar nicht quasi, was mich in diesem Laden erwarte. Ihr wisst, ich mache gerne Offline-Ding. Das ist so, ich komme in den Laden rein und da steht schon jemand hier 10%. Ich weiß doch gar nicht, was da abgeht und auch Horror für die Brand. Also, total dummes Gefühl. Also, macht da wirklich, guckt bitte alle eure Exit Intents an, dass sie nicht zu früh freuen. Aber jetzt weiter im Programm. Dort hast du super viel Potenzial zu testen. Ich habe es letztens auf LinkedIn gepostet, wir hatten einen Test, wo wir das wirklich auf Subscription zu Deckungsbeitrag auf Subscription runtergerichtet haben. Und wir haben da irgendwie 10%, 10 Euro auf 100 Euro, 15 Euro auf 150 oder irgendwie so was, so eine Staffelung, wie ihr sie ähnlich habt, aber mit Euro-Beträgen und so getestet. Und das war ganz unterschiedliches Ergebnis. Also, erstens, nicht der größte Umsatz macht dann natürlich den größten Deckungsbeitrag. Und zweitens sind die Unterschiede auf Monatsebene dort irgendwie 20.000 Euro gewesen. So, aufs Jahr gerechnet hast du eine Viertel Mio, die du mehr Profit machst, weil du deine Rabattstruktur einfach anders staffelst. Free Shipping funktioniert dort, Bundling oder so, dass du sagst, ey, Free Product bei, das ist das, was ich immer frage, bei Brands, wenn wir irgendwie reinkommen und dann so, keine Ahnung, haben die irgendein Pflegeset, sagen wir, ihr würdet Pflegesets für Socken verkaufen. Dann so ein Spray, damit die wasserdicht sind. Da frage ich, was ist, EK dafür. Und dann so, ja, keine Ahnung, 1,20 Euro. Ich so, dann lass das doch verschenken, statt 5 Euro zu geben. Das sind halt viel leichtere Sachen, um an die Leute zu kommen. Es lässt sich immer streiten, ob das inkrementeller Mehrwert ist, aber willst du es riskieren, dass der Kunde nicht kauft? In den Tests hat es immer den Revenue per User vergrößert, deswegen Wir haben auch viel Abitests dazu gemacht. Sind wir uns relativ sicher, dass es einfach gut funktionieren soll. Jeder sollte hier, der zuhört, können wir auch, sage ich mal, Statement setzen, einen Exit Intent haben. Ja. In Form mit verschiedenen Rabatthöhen oder Free Gifts und so weiter. Das ist sehr individuell, aber jeder muss das haben und man kann diesen Exit Intent, das wissen auch viele nicht, kann man ja über Klavio auch direkt anlegen. Man braucht keine zusätzliche App oder so, sondern direkt in Klavio und wenn man diesen Test, den Jakob gerade angesprochen hat, sehen möchte, verlinken wir auch in den Shownotes. Dein LinkedIn-Beitrag, Jakob Gerzen, kann man auch gucken. Da postest du ja auch regelmäßig die ganzen geilen Tests, die er da macht. Weiter im Programm. Wir haben einen Kunden, der hat sich sehr lange gegen den Exit Intent gewehrt, wollte ihn nicht, falls er zusieht, weiß ich nicht weiter. Wir haben es dann gesehen, also der inkrementelle Mehrwert war wirklich da von dem Ding, auch bei den sehr hochpreisige Produkte und hat auch funktioniert. Das ist die eine Möglichkeit, in den Work-on-Flow zu kommen. Die andere ist, über einen klassischen Footer-Subscribe. Du hast irgendwie ein Footer da im Hey, melde dich zu meinem Newsletter an. Bei euch auch teilweise in der Seite integriert und so, weil wir wirklich Fokus hatten, viele Subscriber zu generieren. Die dritte Möglichkeit ist dann, also der Welcome-Flow geht an Non-Purchaser. Jetzt mal abgesehen vom Post-Purchase-Flow. Also Welcome-Flow an Leute, die noch nicht gekauft haben und du willst die quasi, da ist die Intention, nicht jetzt wie tatsächlich, Bond & Cart war ja also abgebrochene Bahnkorbe, die haben wir auch nicht gekauft, aber die waren schon ganz... Die waren schon weiter in der Customer-Jour. Genau, also Welcome-Flow ist nochmal vorgelagert. Sie hatten Interesse oder sag ich mal, waren in deinem Laden drin auf der Website, aber haben noch nichts in den Warenkorb gelegt. Also die sind weiter vorne, also musst du dann noch mit mehr Argumenten kommen und jetzt sind wir ja gerade Exit-Intent oder im Footer. Kommt man in diesen Welcome-Flow rein und welche dritte Möglichkeit gibt es noch? Subscribe to Back-in-Stock. Also wenn jemand sich auf ein Produkt subscribt, was bei dir nicht on-Stock ist, dann kann er gleichzeitig dabei Aussicht zum Newsletter anmelden. Dann könnte das eine Möglichkeit sein, dort auch einen Welcome-Flow zu triggern. Den Flow selber, erste E-Mail, am besten ohne irgendwelchen Condition-Split davor oder so, weil das führt dann immer dazu, dass Clayware eine Minute oder zwei Minuten länger braucht. Warum einen Condition-Split? Also was man öfter sieht, ist, dass dann nach Subscribe in die Liste und Bestätigung Double-Opt-In nochmal irgendeine Abfrage kommt, was der User vorher irgendwie angeklickt hat oder welche Version er des Formulars bekommen hat. Und das führt dazu, dass Clayware dann ein, zwei Minuten länger braucht, dann braucht die E-Mail länger und dann sitzt der User da vor seinem Postfach und wartet und es dauert länger und du hast wieder Zeit abzuschweifen und abgelenkt zu sein. Das ist ja, wir haben ja viel, viel unkonzentriertere Menschen mittlerweile so. Deswegen musst du versuchen, Top-of-Mind zu sein und immer schnell zu sein. Deswegen sollst du dir selber keine Hürden in den Weg legen, sozusagen. Erste E-Mail dann klassisch, gib dem User, was er will. Er ist für einen Discount und subscribt, Discount im Banner am besten, im Betreff am besten, im, äh, der Discount selber sollte schön fett sein. Am besten, dass der Button, den er klickt, direkt den Discount-Code anwendet, weil Shopify Mobile ist ein bisschen schwierig, den Discount-Code einzugeben. Dann musst du diese Bestellzusammenfassung runterdrücken und so. Also im Großen und Ganzen Versuch, Treibungspunkte zu minimieren. Wo könnte der User ein Problem sehen? Ich habe es dir letztens geschrieben, äh, auf die Mail von Belinda. Ja. Ähm, da stand zum Beispiel nicht drin, dass der Gutschein automatisch angewendet wird und dass im Warenkorb dann 15 Euro abgezogen werden oder 15 Prozent. Das sind halt so Fragen, weil du packst dann im Warenkorb und siehst dein Value und erst wenn du auf Checkout gehst, siehst du den rekalkulierten Wert. Das sind Treibungspunkte, die du eliminieren kannst und relativ easy, so indem du sagst, ey, passiert im Warenkorb. Je älter die Zielgruppe, baust du noch ein GIF ein von, äh, wo genau der Warenkorb ist, sozusagen, ne? Ähm, und dort auch wieder USPs, Produktinspirationen könnte man machen, kommt so ein bisschen drauf an, ne? Welche Treibungspunkte könnte der User noch haben? Aber diese erste Mail, die hat meist so zwischen 30 bis 50 Prozent Placed Orderate. Also da schon ein relativ hohes Kaufinteresse. Wenn du jetzt noch so was wie eine Rabattpage hast, also wo Snogs Slash Rabatt, wenn die Leute bei Google Snogs Rabatt eingeben, äh, war damals die Tendenz irgendwelche Gutscheinsammlerseiten und sowas, ne? Ähm, wovon die Hälfte nicht funktioniert. Leute sind schon im Warenkorb, wenn sie schon nach Gutscheinen suchen, werden frustriert und kaufen dann nicht. Was haben wir gemacht? Wir haben damals dieses Snogs Slash Rabatt aufgezogen, dort eine, ähm, eine Sign-Up-Form eingebaut, FHQ zum Discount, nicht kombinierbar, dies, das, alles, ne? Alle Infos dazu. Und dort sieht man dann, die haben einen viel höheren Kaufinteresse. Da hast du teilweise so 60 Prozent Placed Orderate im Gegensatz zum Exitinteresse. Damit, äh, so verschiedene Kopien der Welcome-Strecke, die man aber dann einzeln analysieren kann. Heißt das aber nochmal für mich, ich gebe Snogs Rabatt ein und dann komme ich auf eine Extra... Keiner machen. Dann bin ich in der Vergangenheit auf eine Page gekommen, wo ich quasi mich dann nochmal zum Beispiel für ein Newsletter anmelden kann und dadurch zum Rabatt komme. Genau. Okay. Und das ist auch wirklich ein krasser Hack, weil, bevor ich an den Corporate Benefits oder einen Gutscheinpony und wie die ganzen Seiten heißen, noch fünf bis zehn Prozent Provision an die abgebe, mache ich es lieber auf der eigenen Seite. Und auch da Inkrementalität. So soll ich wirklich das für meine eigene Brand machen? Ja, weil fünf, zehn Prozent deiner Käufer sind halt so in der heutigen Zeit so Rabatt-Junkies. Die gucken bei MyDeals, die Google, die werden nicht kaufen, bis sie keinen Rabatt bekommen haben. So, du musst ihnen dieses Erfolgserlebnis dann geben und bevor du den Kunden verlierst, gib ihnen zehn Prozent Rabatt, dass er ordert. Weil die Marketingkosten, sage ich mal, dass er überhaupt kauft, hast du ja schon ausgegeben und das machen viele falsch. Also jeder, der hier zuhört, zuschaut, sollte unbedingt diese Marke Plus-Rabatt-Seite machen und macht es, wenn ihr gerade zuschaut, macht es einfach mal mit eurer Brand. Gebt eure Brand einen Plus-Rabatt oder Gutschein und so und guckt euch mal die ersten drei, vier Sachen an. Oftmals wird sogar Google Ads drauf geschalten von irgendwelchen Deal-Seiten. Also das ist wirklich, dass es genug Wichtigkeit hat, was mir nochmal wichtig ist anzusprechen, weil das viele, viele unterschätzen. Auch Ownership der Customer Journey. Du schickst dir nicht zu einer Gutschein-Sammler-Seite oder focus.de ist gleich Gutscheine oder wie die alle heißen, sondern du hast sie auf einer eigenen Page, wo du nochmal lenken kannst. Du kannst auch Produkte einbauen, FAQs. Ist ein No-Brainer für mich auch. Wir waren bei dem Thema Welcome Flows. Also die Leute kommen jetzt aus der unterschiedlichen Richtung. Exit in 10, diese Snogs-Rabatt-Seite oder im Footer. Kriegen dann alle quasi den Rabatt, wofür sie sich auch angemeldet haben. Die Hälfte bestellt grob. Was passiert mit der anderen Hälfte? Kriegen die nochmal zwei, drei weitere Mails so wie im Bond-In-Card? Reminder und Umfrage wären so jetzt Standardlösungen erstmal. Wenn du nicht weißt, was du dort machen sollst, mach ein Reminder. Teilweise, jetzt kommt so ein bisschen noch Produkte an, entweder nach sechs Stunden, teilweise am nächsten Tag, aber wir wissen, es wird immer unwahrscheinlicher. Die zweite hat dann meist sehr gedringene Plays oder Rates schon im Vergleich zur ersten. Und die dritte ist meistens eine Umfrage, die wir verschicken. Einfach nur, um wieder rauszufinden, okay, was sind die Gründe, wieso der Kunde nicht gekauft hat. Du hast dich schon Rabatt eingetragen. Hat der vielleicht nicht funktioniert? Gab es technische Probleme? Waren die Produkte nicht verfügbar, die du dann kaufen wolltest? Mit irgendeiner Intention ist der User ja rangegangen und das wollen wir rausfinden, um es zu verbessern wiederum. Das wäre so ganz klassischer Workout-Flow. Natürlich, du hast teilweise Brands, die haben dann so 18 E-Mails dort, wo die ersten 30 Tage voll modelliert sind und so. 90 Prozent davon verdienen kein Geld. Und jetzt kommen wir so zu so einem Thema Deliverability. Willst du dir negatives Engagement in dein Algorithmus bei den E-Mail-Providern spielen, weil du dort noch irgendwie 200 Euro rausquatzt? Ja, unnötig. Vielleicht das noch mal zur Erklärung. Was bedeutet das? Wenn wir jetzt von der, ganz grob gesagt, von der E-Mail-Adresse newsletter.snox.com Romy E-Mails schicken, dann am Anfang werden die zugestellt, aber wenn du jetzt merkt, okay, Romy öffnet die E-Mails nicht oder klickt sehr wenig und so weiter, dann fängt Romy's Gmail-Account zu merken, okay, diese E-Mail-Adresse ist nicht so gut, so die schickt viel Spam und zack, landen wir direkt im Spam-Ordner. Sag ich mal, das ganz vereinfacht gesagt und umso mehr diese negative... Spam ist ja noch okay, wenn du bouncest, dann kommt es noch mehr zu Problemen, weil dann kommst du in so eine Spirale, wo du schwieriger rauskommst bei den E-Mail-Adressen. Was heißt bouncest? Dass die E-Mail gar nicht zugestellt wird, die wird vom Mail-Server, von Gmail dann abgelehnt, weil die sagen, der verschickt Spam-mäßigen Content. Weil das führt dann auch dazu, dass du jetzt, kurzer Exkurs Delirability, du hast deine Domain und deine IP, das sind so die zwei größten Einflussfaktoren von der technischen Infrastruktur und alles andere ist meistens dein Senderverhalten, wie viel Trust genießt du bei den E-Mail-Providern, werden deine E-Mails geöffnet, geklickt und so weiter. Das führt dann dazu, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit, besteht, ob du zugestellt wirst oder nicht. Wenn du jetzt Leute anstreifst, die seit 180 Tagen keine Mail geöffnet haben zu 100.000, da wirst du heute wahrscheinlich bei diesem E-Mail-Provider keine E-Mail mehr zustellen können, weil er relativ schnell merkt, oh, hier schießt jemand auf eine super Angegelszielgruppe. Die öffnen die E-Mails nicht, die klicken die nicht, die Hälfte von denen markiert die als Spam. Für heute war es das für dich zum Beispiel. Die E-Mail-Provider haben teilweise 24 Stunden Fenster, da kommen E-Mails teilweise irgendwie drei Wochen später an und jeder E-Mail-Provider tickt auch anders. Deswegen ist das Thema Delirability super schwer und super komplex und wir kaufen uns da auch immer wieder Dienstleistungen ein, um uns weiterzubilden, weil es wirklich allein jetzt im April hat der Gmail und der Ruh eine Änderung, dass du plötzlich D-Mark-Einträge brauchtest und so. Das sind so Einträge, die du in deinem Hosting machst, einfach nur um deine Domain zu authentifizieren, wie man mit Spoofing und sowas umgeht und wenn du die nicht gemacht hast, straft Yahoo und Gmail dich so ab, dass die E-Mails nicht mehr zugestellt werden. Das heißt, das musste jetzt jeder gemacht haben, bis er irgendwie abdreht, genauso wie eine Dedicated Sending Domain, also dass du nicht mehr über so eine Shared Domain wie klavio.com verschickst, sondern wirklich über snox.com. Das sind so die Basics, die man beachten sollte, aber Delirability ist dann auch nochmal ein eigenes, komplexes Thema, wie E-Mail-Provider was handeln, in welchen Fenstern, manchmal lohnt es sich auch den Postmaster anzusteiben und so, haben wir schon ja, wildeste Sachen gesehen und gemacht. Also, dass das alle verstehen, das bedeutet, wenn ich eine Million E-Mails rausfände, dass die Millionen E-Mails auch wirklich ankommen und eine Stufe, wie du gesagt hast, Spam oder gar nicht zugestellt. Am Anfang glaube ich, wenn ich jetzt gerade mit E-Mail-Marketing anfange oder ist erstmal die ganzen Flows aufzusetzen, aber Flows sind meist gar nicht so das Problem. Kampagnen sind eher so das Problem, weil die kommen in Bulk-Sense und dann kommen beim E-Mail-Provider dort so 10.000 E-Mails an und dann denkt er sich, okay, was machst du jetzt damit, könnte das Spam sein und so weiter. Bei den Flows ist es meistens, da ist Double-Optin auch noch so ein Thema, wenn User ein Double-Optin bestätigt, hast du schon mal mehr Trust beim E-Mail-Provider. Deswegen sind Flows meist nicht das Problem, weil zeitliche Diskrepanz und sowas, Kampagnen immer ein Problem. Also deswegen, du sagst, da muss man extrem aufpassen. E-Mails kosten zwar nichts in dem Sinne, aber sage ich mal, der Downside ist, wenn man viele unrelevante E-Mails rausschickt, werdet ihr irgendwann von den Postfächern der Kunden quasi gesperrt. Deswegen startet erst mal, aber wenn man eine gewisse Größe hat und wenn man zuhört und sich ertappt gefühlt hat, als du gesagt hast, hey, 18 Mails allein im Welcome-Flow, dann solltet ihr entweder mit Jakob mal reden oder anderen Experten, weil das kann ein großer Hebel sein. Vor allem, weil es der erste Kontakt ist, das erste Signal, was der E-Mail-Provider von dem User bekommt und wenn dann viel Irrelevantes dabei ist oder das Schlimmste, was passieren kann, ist Marktes-Spam. Weil die Ratio, die darf irgendwie unter 0,03% sein, ansonsten sagt Gmail, okay, das war's für dich. Ein ganz großes und wichtiges Thema, T-Online bei Klavio hat jeder das Problem. also, wie und ob kann man dieses Problem überhaupt lösen? Also, Problem ist konkret, wenn ich mich mit romi at t-online.de anmelde, auch Bestellbeschädigungen oder sonst was, wenn das meine Mail ist, kriege ich keine Mails oder sie landen sofort im Spam. Kann man das irgendwie lösen? Ja. Oder nicht? Ja. Wie? War ganz lange ein Problem, weil Klavio verschickt über Shared IPs. Das heißt, wenn du am Anfang eine kleine Brand bist und du willst E-Mails zustellen, dann lohnt es sich noch nicht, eine eigene IP zu haben, über die du versendest, sozusagen. Heißt, ich habe wieder at klavio. Nee, nee, du wirst, das Sending Domain ist das eine IP, das andere. Du wirst einfach in den Pool mit anderen Versendern geschickt und Klavio kümmert sich um die Maintenance sozusagen der IPs. T-Online mag keine Shared IPs. Die sagen, wir hatten mit Klavio in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen, deswegen Shared IPs machen wir nicht. Der einzige Weg ist, auch eine Dedicated IP zu switchen. Wenn du 100.000 E-Mails im Monat mindestens verschickst, das ist das, was Klavio dir sagt und mindestens irgendwie 450 Dollar im Monat bei Klavio lässt, kannst du eine Dedicated IP beantragen, durchläufst dann einen Warm-Up-Prozess, wo du die IP aufwärmst. Dabei werden zwischen Shared und Dedicated immer mehr das Verhältnis geswitcht sozusagen. Am Ende schreibst du dir online im Postmaster und sagst, könnt ihr bitte meine IP Experience resetten. Wir haben jetzt eine neue IP, das ist der Kunde, hier ist das Impressum, wir sind Legitimate Sender, so nach dem Motto. Das ist quasi wie so ein Add-on in Klavio, was ich auch für 600.000 E-Mails musst du mit dem Support machen, nee, das gibt's nicht offiziell irgendwie, du musst dem Support schreiben. Aber den ersten Stück mit der Dedicated IP. Ja, ja, das musst du selber bei Klavio antreiben, ja. Das ist, wir haben, ich glaube vorletztes Jahr oder so, ist das so in den Markt gekommen, ah, Klavio erlaubt es jetzt schon ab 100.000 Mails pro Monat und dann haben alle eigentlich angefangen, langsam auf Dedicated IP zu switchen. Kann man, wenn man jetzt zuhört und sagt, boah, what the fuck, das hört sich kompliziert an, kann man dir schreiben, um dieses Problem zu lösen auf LinkedIn. Genau, ich habe so einen kleinen Guide, da steht, den ich für mein Team gemacht habe, den kann ich gerne zur Verfügung stellen und wenn man es den packt, wenn die Shownotes, das ist ein geiler Hack. Und wenn man es mit uns machen will, wir haben es bei Pure Relay zum Beispiel gemacht, weil je größer du bist, desto mehr Risiko hast du natürlich deine Reputation bei den E-Mail-Providern zu verschlechtern oder verschlimmbessern durch die Dedicated IP, weil jetzt bist du komplett selber verantwortlich. Dann ziehen wir bei den größten Brands meistens ein Inbox-Testing-Tool dazu, wo wir so Seedlisten haben. Das heißt, da sind dann 10 E-Mails von Gmail, 10 E-Mails von Yahoo, 10 T-Online und dann gucken wir regelmäßig, wie wir performen und diese Software, die wertet dann alles aus und dann machen wir meistens einen Seedlisten-Test vor einer Kampagne, nach einer Kampagne und gucken, okay, wie hat die jetzt negativ unsere Delirability Gamefluence zu. Schaffen wir noch, wir haben noch so 5 Minuten, sage ich mal, schaffen wir noch einen Flow. Wir haben jetzt Winback, äh, Winback hatten wir nicht, wir hatten Welcome Flow, Post-Purchase hatten wir, Abundant Card, jetzt hätten wir noch Winback oder Browse Abundant, was sagst du ist besser und wichtiger? Browse Abundant funktioniert witzigerweise in Nischen besonders gut. Bei jedem Tierprodukt funktioniert ein Browse Abundant. Was ist Browse Abundant? Browse Abundant ist, ähm, mein Klavier-Cookie ist gesetzt, weil ich entweder eine E-Mail geklickt habe oder bei euch auf der Webseite mich registriert habe und dann noch die Cookie-Lifetime da ist und ich gucke mir ein Produkt an. Das heißt, ich bekomme ins Klavier ein Viewed-Product-Event und wir wissen ganz genau, welches Produkt der User angeguckt hat. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Flow aufzuziehen. Je älter die Zielgruppe, dann muss man ein bisschen anders machen, weil die ältere Zielgruppe reagiert relativ allergisch, wenn du denen sagst, hey, du hast dich für folgendes Produkt interessiert, schau mal, wir haben es hier nochmal für dich. Ich sage dann, ah, Big Brother und verfolgen mich auf jeden Klick und so weiter. Das ist dann immer problematisch, dann empfehlen wir meistens, lass es wie eine Kampagne aussehen. Sag nicht, dass der User ein Produkt angeschaut hat, sondern verschick wie eine normale Kampagne und der User durch den, weil du top of mind bist, weil er gerade das Produkt angeguckt hat vor einer Stunde oder vor zwei, der wird dann höchstwahrscheinlich wieder sich mit dir beschäftigen. Und dann kannst du wieder gucken, wie viele Produkte hat der User angeschaut. Du kannst splitten quasi nach über fünf Produkte angeschaut oder genau eins. Wenn er genau eins angeschaut hat, dann kannst du auf das Produkt genauer eingehen. Wenn er über fünf angeguckt hat, dann kannst du den vielleicht auf eine Collection-Page schicken und sagen, ey, du brauchst noch ein bisschen Überblick oder wieder Stoffmuster oder whatever. Ist wieder Strategie ein bisschen, aber Browse Abundant auch meistens eine E-Mail, dann noch ein Reminder und dann reicht so. Okay. Hast du es verstanden, was Browse Abundant ist? Ja. Okay. Weil das ist mit der spookieste Flow, den es eigentlich gibt. Weil du hast... Booking.com, daher kennt man den, glaube ich, am meisten. Oder von Airbnb. Du guckst Airbnb in Kapstadt an so und dann wirst du vier Tage lang penetriert mit Airbnb in Kapstadt. Vor allem Notifications, dass mir immer gesagt wird, ich habe das Hotel angeguckt, ob ich jetzt nicht doch buchen will. Und du hast dich in dem Moment gar nicht groß eingeloggt. Also das finde ich immer das Verrückte. Also du kaufst bei snox.com, hast du, sag ich mal, vor zwei Wochen was eingekauft. Jetzt bist du nach zwei Wochen wieder auf der Website. Ich habe mich nicht eingeloggt, gar nichts gemacht. Auf einmal kriege ich eine Mail, genau die Boxer schon in der Farbe. und du denkst halt, ich habe nichts gemacht, aber durch dieses Cookie setzen, deswegen ist es, sag ich mal, für viele spooky. Browse, Abandoned haben wir geschafft. Vielleicht schaffen wir noch Winback. Ich mache lieber einen anderen Quick-Tipp. Okay. Einen anderen Quick-Tipp, hinterfrag deinen Support, was ist die meistgestellte Frage bei euch? Und versuch das zu automatisieren und zu lösen, dieses Problem. Bei euch war es das Thema Parcel-Tracking, wo ist mein Paket? War 50% der Anfragen Lösung eingeführt, alle Flows aufgebrochen. Allein deswegen lohnt sich dann die Lösung meistens. Und deswegen, sprich mit deinem Support, was schreiben uns die Leute am allermeisten? Was ist die größte Frage und wie können wir das vielleicht automatisiert lösen? Ganz oft ist es Anwendungsfehler bei den Produkten oder irgendwie sowas, dann kannst du das im Post-Purchase lösen. Zahlungsanbieter und so weiter. Kannst du alles lösen. Das ist, glaube ich, ein Quick-Tipp für alle Brands, der irgendwie Sinn ergibt. Dann lass uns doch noch mal zusammen Fazit ziehen. Was? Ich fange jetzt mit E-Mail-Marketing an beziehungsweise bin schon dabei, aber ich habe jetzt mal vollen Fokus auf E-Mail-Marketing. In welcher Reihenfolge gehe ich das ganze Thema an? Was machst du als erstes? Ja. Du baust zuerst die vier Basic-Flows, ne? Irgendwie Event-Card-Post-Purchase, Browse-Evendant und Welcome. Ja. Als nächstes fängst du an wöchentlich Kampagnen zu verschicken. Jeden Samstag machen wir es. Bei uns, das ist der Quick-Tipp, Samstags, wir haben viel getestet. Ja. Samstags Kampagnen, jeden Samstag geht eine Kampagne raus mit Smart-Sending auch an. Das heißt, Klavio sagt, wann der beste Zeitpunkt ist. Smart-Sending ist, dass wenn du eine E-Mail in den letzten 16 Stunden bekommen hast, du keine bekommst. Ah, okay. Das andere benutzen wir nicht wegen Reputationszwecken, weil die E-Mail-Provider sollen einen Bulk-Send von uns mit positivem Engagement bekommen sozusagen und das nicht so oft gesplittet. Gibt es auch wieder verschiedene Theorien zu, aber benutzen wir, bin ich der Meinung, besser aus nicht mehr. Ey, so tief bin ich nicht drin, aber sagen wir einfach mal grob, jeden Samstag geht eine Mail raus und das sage ich mal, sage ich auch zu eigentlich allen auch bei uns im Innern, schick jeden Samstag eine Mail raus. Die Leute unsubscriben dann nicht, krass, sondern einmal die Woche mindestens eine Kampagne rauszuschicken, lohnt sich und allein das ist so quick and dirty. Also das ist eine super einfache Fleißarbeit, aber bringt direkt Profit. Was der dritte Schritt? Ja, dann fängst du an, dich mit Datenanalysen zu beschäftigen, sage ich mal. Du guckst, okay, welche Produkte werden zusammengekauft, welche nacheinander, was sind so die Timings und fängst an so aus dem Basic-Flow-Setup, sage ich mal, durch A-B-Testing und Datenanalysen herauszuwachsen und wirklich dein eigenes Setup zu bauen, was dir nicht irgendwie jemand anderes mal zusammengeschustert hat, sondern du fängst wirklich an, ein komplexes Setup, was auf deine Brand angepasst ist, zu bauen. Wenn du Stoffmuster, Probiersets oder irgendwie sowas hast, dann sollte das auf jeden Fall in Schritt 1 mit rein, weil das ist ein No-Brainer, da eine dedicated Customer-Journey zu haben und Follow-up zu machen. Genau, A-B-Testing und dann fängst du an, dich mit so Themen wie Segmentierung, Granulat oder das A-B-Testing an zu beschäftigen und so, aber da bist du meistens entweder 8-Figures oder hohe 7-Figures. Dann sind das so Themen, WhatsApp wird dann relevant, Mails, also Post-Mailing wird relevant, Send-Desk-Integration, Parcel-Integration, diese ganzen Themen. Man versucht dann wirklich aus ich verschicke E-Mails, wie baue ich ein Kunden-CRM auf. Wenn du dann wirklich hoch 8-stellig bist oder Anfang 8-stellig geht es auch schon mit Leuten die Programm los meistens, App ist dann so End-Level glaube ich und App mit Klavier und CRM zu integrieren dann so wirklich die höchste Stufe wo du ich persönlich kenne ganz ganz wenige Brands die da irgendwie ein super super sophisticated sauberes Setup haben, wo alles miteinander spielt. Ihr seid auf dem Weg dazu. Wir sind auf dem Weg wir sind sage ich mal mit in der letzten Stufe und ich weiß nicht wie viele Leute hier zuhören die das interessiert deswegen wenn ihr Lust habt auf eine Folge mit Jakob nochmal wo wir sagen auch uns stark auf die letzteren Stufen zu konzentrieren wie integriert man geil Loyalty wie WhatsApp kombinieren mit E-Mail-Marketing also das ist fortgeschritten und sage ich mal Brands ab 10 Millionen Euro Jahre Jahresumsatz dann schreibt dem Jakob direkt auf LinkedIn schreibt eine Nachricht wir wollen diese Folge haben dann kommt er nochmal her und wir machen die Folge wie das so Endlevel CRM ist jetzt war es sage ich mal wenn du keine 10 Millionen Euro Jahresumsatz hast dann musst du es schaffen diese sage ich mal die Flows und jeden Samstag diese Kampagne das musst du hinbekommen das ist Fleißarbeit das ist nicht zu komplex es gibt genug Anleitung genug Anleitung dafür meldet euch bei Jakob More Conversions die setzen das gerne auch für euch um und deswegen vielen Dank dass du da warst danke für die Einladung und dass ich wieder hier sein durfte nach drei Jahren vielleicht jetzt schneller mit dem Endlevel CRM Podcast nochmal Dankeschön Ciao ciao